Stell dir vor, du hast, wann immer du willst, ein Auto. Und du wählst immer genau das Auto, das dir gerade in den Plan passt. Aus einem riesigen Fuhrpark und ganz in deiner Nähe. Einfach fahren, ohne sich kümmern zu müssen um Unterhalt, Wartung oder Reparatur. Kostengünstig. Einfach richtig mobil. Sobald ich diese Stadtmobil-Karte hatte, war mein Leben ultimativ flexibel. Im Fuhrpark von Stadtmobil ist eigentlich für jeden Geldbeutel was dabei. Wenn ich jetzt mal mit meiner Freundin unterwegs bin, dann kann man sich schon auch mal ein Cabrio rauslassen. Stadtmobil bedeutet eigentlich stressfreies Autofahren. Natürlich für die Stadt sind die kleinen Flitzer ganz aktuell. Der Mini macht eben besonders bei gutem Wetter Spaß. Beruflich ist es für mich wichtig, flexibel zu sein. Und das ist Stadtmobil für mich. Man hat sich überlegt, dass da eine Siebenachtel der Autos eingespart werden können. Und das wird es wohl irgendwann, dass es eben das Standard ist. Weg vom kleinen Wagen, das E-Mobil bis hin zum großen Wagen ist eine feine Sache. Wir haben irgendwann das eigene Auto abgeschafft. Wir finden es super, weil das natürlich so ein bisschen ist wie eine Wundertüte. Du kannst immer genau das Auto nehmen, das du für die Situation brauchst. So ein Ort wie diesen hier, den kann man halt nicht mit dem Fahrrad erreichen. Das Stadtmobil bietet mir eine Menge, möchte man sagen Flexibilität. Es macht auch eigentlich keinen Spaß zu wissen, dass man einem eigenen Auto sehr viel mehr die Umwelt schädigt. Die Entscheidung zum Stadtmobil, die war jetzt zwangsläufig. Ich wollte mir kein neues Auto anschaffen. Für so einen Verein mit Powder Party ist es natürlich super. Also die meisten Studenten sind nicht teuer. Ja, ab in die Berge. Zwei Büsse, alle Leute rein und was geht's. Ja, eigentlich jedes Wochenende. Wir haben unterschiedlich unterwegs und genau das, was wir brauchen. Busfahrer! Ein hoher Bundesfahrer! Busfahrer! Busfahrer! Als Teilnehmer von Stadtmobil Karlsruhe hast du eine riesige Auswahl, auch in der Region. Über 200 Stationen und mehr als 800 Fahrzeuge stehen für dich bereit. Erlebe die Antriebskraft und den Komfort einer geräuschlosen Fahrt. Bei Stadtmobil hast du Zugang zu ganz neuen Elektrofahrzeugen. Als Teilnehmer bei Carsharing sparst du erheblichen CO2-Ausstoß ein und trägst dazu bei, unsere Städte und die Umwelt zu entlasten. Stadtmobil bietet viele Vorteile, ist kostengünstig und super praktisch. Die Idee vom Teilen ist in der Gesellschaft angekommen. Gute Aussichten für eine erfahrbar bessere Zukunft. Schau's dir an! Musik Vielen Dank.